So, da vorne bitte ein bisschen Vorsicht. Was jetzt kommt, ist eben was ganz Großes. Hau mal endlich drauf, Andi. Mach mal richtig. Da müssen wir ein bisschen warten, bis die Sirene abgeklungen ist. Ich weiß nicht, wer von euch eventuell vorhin schon mal so ein bisschen was gesehen hat von dem Fahrzeug. Ist immer noch so laut, die Sirene. Das dauert, bis die weg ist.